Moin Leute, herzlich willkommen hier wieder. Meine Kamera wackelt gerade ein bisschen, nicht schlimm. Diesmal geht es wieder um ein Gewinnspiel und zwar um Bundesliga Chrome. Zu verlosen gibt es wieder 10 Karten. Ich meine mal, dass die Gewinnspiele gut ankommen bei euch. Ja und ich muss gleich mal zur Tür, also mache ich gleich eine kleine Unterbrechung. Jedenfalls lese ich euch jetzt mal die Karten vor und danach die Frage. Das waren die Karten. Die Frage dazu lautet, wer erfand die Glühlampe? Könnt ihr mal im Internet googeln. Auflösung kommt wahrscheinlich in einer Woche so ungefähr. Ja, mal gucken. Hoffentlich machen viele mit. Hoffentlich gefällt es euch. Wenn ja, Daumen hoch. Wollt ihr unsere Videos mitbekommen? Abonniert uns. Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Mr. Community.